Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Die Zauberhaften 3 aus dem Arena Verlag zeigen. Und zwar Abracadabra und schon ist aufgeräumt. Ja, das Thema ist hier ein bisschen aufräumen. Das Buch hat 32 Seiten, kostet 15 Euro und wird ab drei Jahren empfohlen. Die drei Zaubererfreunde Bärkaninchen und Stinktier wohnen in einem gemütlichen, aber wie ihr hier sehen könnt, recht unordentlichen Haus und schaffen es einfach nicht, sich zum Aufräumen zu überwinden. Als sie dann die Idee haben, ihre Zauberkugel zu befragen, wo es denn ein besseres Zuhause geben könnte, zeigt ihnen die Kugel zum Beispiel den Einhörnerwald, wo sie fröhlich und ausgelassen tanzen oder auch den Strand mit den Nixen oder auch dann später das kleine süße Zuhause eines Elfs. Doch egal wo sie sind, sie finden nicht das Richtige und werden immer müder und sehen sich langsam doch nach ihrem Zuhause. Und ja, wie sie es dann doch noch schaffen, sich wieder in ihrem Zuhause wieder richtig wohl zu fühlen und was die kleine Hexe damit zu tun hat, lest sie am besten selbst. Es ist ziemlich magisch, sehr zauberhaft und ja, die Geschichte zeigt einerseits, dass Aufräumen nicht immer nervig sein muss, sondern auch eben mit Freude erledigt werden kann. Und was so dazugehört, gibt man hier ein paar Tipps. Ja, und auch, dass das eigene Zuhause einfach immer am schönsten ist und man es eben einfach pflegen und hegen muss und sich dann richtig wohl fühlt. Ein sehr schönes Buch, das wir gerne lesen, muss ich sagen. Und ja, wollte ich euch einfach mal zeigen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Tja, 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 tja